Der Pfarrer vermag einen Zusammenhang zu erkennen zwischen der christlichen Adventsbotschaft und dem Impfen in Zeiten der Pandemie. Halleluja, 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 Halleluja. Hast du schon mal bei einer Kreuzigung zugesehen? Kreuzigung ist doch für Elefants. Sag das bitte nicht dauernd. Advent heißt ja, es ist eine Zeit, in der in viel äußerer Dunkelheit immer mehr Lichter angezündet werden. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Der nächste. Und es ist immer besser, wenn man das kleinste Licht anzündet, schalt über die allgemeine Dunkelheit zu klagen. Boah, möchtest du nicht? Sein Geist ist krank. Er, er, glücklich, sein Geist ist krank. Komm, schaff den weg hier, diese Scheiße hier. Und ich denke, mit dieser Impfaktion tun wir genau das. Wir zünden Lichter an auf dem Weg, der nach Meinung aller Fachleute derjenige ist, der als einziger wirklich einen Weg aus dieser Pandemie herausweisen kann. Ja, weißt du, das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Das istwise, wir sehen uns. Das ist Untertitelung des ZDF, 2020